Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT. Mit dabei ist der schnucklige Kevin, der altbekannte Onkel und der chaotische Paul. Hallo! Und ich natürlich. Der Hosenkobolz. Der liegt ein toter Wolf. Was? Ja, der liegt ein toter Wolf. Oh, ein weißer Enderman. Ähm, okay. Ich hab mich hier... Hier liegen alles tote Tiere. Ich hab mich hier festgepackt. Hä? Äh, der Enderman ist jetzt weg. Ich hab auf ihn eingeschlagen. Ähm, okay. Irgendwie häng ich hier in der Tür fest. Ah, jetzt geht's. Hallo? Wo seid ihr? Ich bin mit Tobi hier in einem kleinen Häuschen und er... Oh Gott. Tobi, du Penner! Ich... Ich bin verwirrt. Ich hab hier einen Schwein. Komm mal her, komm mal her, ich hab einen Schwein. Tobi! Hi! Warte mal. Kevin? Ich hab hier einen Schwein. Vielleicht mehr Mutter! Scheiß Waffe hab ich. Hm? Ja, was macht er denn? Ähm, äh... Hab ich mich irgendwie... Hallo? Ähm... Warum treff ich denn nix? Das gibt's auch nicht. Du alter, du verwirrt bist, alter, ey. Wir sind tot gesagt auf Tobi. Tobi! Und das war... Guck mal, Tobi, ich hab einen Schwein. Ich hab einen Schwein. Ja, der hat dem einfach so einen roten Wolf hingelegt und ich dachte... Ja, mir ist das dann auch eingefallen, wo ich das mit dem Schwein... Und dann hab ich hingeworfen und das war eingefallen. Die haben doch alle gerufen, Tobi, Tobi, was ist los mit mir? Aber hier liegen überall tote Tiere. Oh Gott. Kevin, was hast du für Menschen eingeladen? Boah, ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass er dich da weggenudelt hat, ey. Das fand ich ja nicht mal so schlimm, aber du hast mich ja noch gesehen. Wir sind doch gesagt, Tobi, Tobi, Tobi und er rennt mit ihm auf ein Schwein zu. Und sagst, oh, guck mal, ein Schwein. Das fand ich so hart. Tobi, hattest du eigentlich eine Silence genommen, oder? Nee, ich hab ganz normal... Mit der Deagle drauf geschossen. Gott, er weiß gar nicht, wie ich gekriegt. Ich war somit beschäftigt, weil ich in der Tür festgebackt war. Oh. Ehrlich. Tobi ist Traitor. Ja, Tobi ist Traitor. Natürlich ist Tobi Traitor. Tobi ist immer ein Traitor. Da war noch ein Bekackter. Ein richtig böser Bekackter. Was ist eigentlich... Nein! Boah, alte verwirrte Menschen. Geil. Ich suche seine Leiche jetzt hier nicht. Wir brauchen, glaube ich, auch nicht... Wir wollen alle auf... Oder? Ah, wo war denn nochmal? Das Haus war doch so schön. Hier irgendwo? Da steht ein Enderman. Kann man den Enderman töten? Hä? Der Enderman? Ach, der Enderman! Ja, der Enderman ist geil, oder? Okay, das geht nicht. Wie halt Kevin weggeflogen ist, Alter. Ich hab nur noch so eine Rauchwolke gesehen, wie soll er an Kilter wegfliegen. Wo bist du da hochgefallen? Ja, ich bin schon komisch. Ich konnte... Weißt du, ich dachte so, hey, Kevin schießt den Enderman ab und auf einmal höre ich nichts mehr. Das war irgendwie komisch. Aber richtig in den Rücken, ey. Ich dachte schon, ich wäre beinahe ins Wasser geflogen. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn ein Onkel hinter mir läuft. Der kriegt auch immer nur so einen Scheiß in den Rücken. Was? Ja. Der kriegt alle so was in den Rücken. Ah, ich bin wieder bei 1000 Karma. Yes, auf geht die wille Fahrt. Okay, man kann ihn scheinbar auch ertrinken. Also der Enderman, wenn du den mit dem Brecheisen, dann verschwindet der. Dann kommt irgendwo anders, taucht irgendwo anders auf der Map auf. Das letzte Mal hab ich den, also nachdem du den da wohl geschlagen hattest, irgendwo tot aufgefunden. Dann auf so einem Dach. Echt? Hab ich den noch gesehen gehabt. Hey, wo bin ich denn? Oh Gott. Warum speist ihr jetzt schon Rauchgranaten? Äh, weil die krank sind. Ich bin unschuldiger Innocent, man. Der ist Traitor. Oh mein Gott. Wer hat diesen Traitor getötet? Ähm. Ich hab hier einen tragischen Todesfall. Ich auch, einen Creeper. Nein, warte. Wie komm ich hier wieder hoch? Warte, ich bring ihn mal mit. Ich hab hier einen ganz tragischen Todesfall. Das ist ein Schwein. Nein. Das wär viel zu einfach. Kevin? Ja. Wo geht's denn? Ach, okay. Ich hab hier einen tragischen Todesfall. Ihr seid doch nicht tragische Todesfälle. Kevin? Ja. Wie kann ich eigentlich die Sachen an der Wand annageln? Warte hier. Äh, rechtsklick. Guck. Tragischer Todesfall. Das ging mir nicht. Dann weiß ich auch nicht, warum. Normalerweise müssen wir... Ja, guck doch wenigstens, Kevin. Was denn? Ja, aber der... Mann, guck mal hier. Das ist ja... Wie heißt der Typ überhaupt von Minecraft, dieser? Bei Steve? Ja, da. Da hast du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben auch einen Huhn und einen Wolf und irgendwo lag ein Schwein. Ja. Schwein? Jetzt wird eigentlich nur noch ein Mäh und eine Kuh. Und wenn ihr eine Pilzkuh seht, die wird von mir erstmal gecheabagt. Was für die? Nein, eine Pilzkuh. Mhm. Was? Ja! Ich liebe Pilzkühe. Ich hasse Pilzkühe. Ich habe nichts gemacht. Guck mal, Tobi. Tobi, Tobi, Tobi. Tobi, guck mal. Tobi, guck doch mal. Guck doch mal, Tobi. Tobi, guck mal. Ich habe hier... Ich habe hier... Tobi, 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 Tobi. Todesfall. Tobi, 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 Tobi. Oh! Oh! Boah! Kevin! Kevin ist Traitor! Was? Warum? Warum? Weil du gerade irgendeine Scheiße in der Hand hast und mir fällt das Ding vom Himmel. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, deswegen schieße du auf mich. Ja, weil du auf mich geschossen hast und mir folgst. Ich hatte gar nichts in der Hand gehabt. Ich hatte ein Holz da in der Hand gehabt gerade. Äh, ey. Was für ein Ding überhaupt? Da kam... Was für ein Ding überhaupt? Da kam die hässlich gekackt Mocke und Thomas wie eine Lokomotive ist von mir geflatscht. Wo denn? Weil die sehen doch nicht mehr so eine Lokomotive. Die ist auch schon wieder weg. Wo ist die? Hä? Da war keine Lokomotive. Hast du da eine in der Klitsche oder was? Natürlich, ist auch heimlich, aber trotzdem. Oh, messert er mich! Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Der Wichser! Ich hatte jetzt echt gedacht, das war Tobi. Ich bin voll erschrocken, als dieses Ding auf einmal vom Himmel kam. Boah, mich hat es voll erwischt, das Ding. Deswegen dachte ich schon, oh jeherz. Mann. Alter, ich habe das einfach immerhin geballert. Oh, Kevin Glühle! Hast du mir aber doch geglaubt? Ja, teilweise. Äh, ja, ich war so kurz irritiert. Du bist aber der Einzelste, der die Scheiße immer benutzt, äh? Und dann wolltest du mich messern, er hat 50% Schaden runtergeknüppelt. Mann. Das musst du echt hinterlistig machen, dass mit dem Messer das geht sonst nicht. Ja. Boah. Der war richtig assi. Boah. Ich geh nochmal zu Steve. Ich geh zu Steve, tschüss. Boah, ich fand den richtig gut. Prost, Steve. Prost, Steve. Der Zug sollt an die Ticher schlagen. Steve, ah! Boah, Paul. Ja, der ist ja voll an mir vorbeigenagelt. Steve ist hier. Ich hab den aber echt nicht mehr gesehen. Tragischer Todesfall hier. Ich mag den Zug. Tobi ist bei mir nochmal so, ne? Ich mag Züge. Achso, ist er noch. Boah, ich hab auch nicht gedacht, wir gehen, dass sie auch wieder mit Treffer. Ich? Ich wusste nicht, was sind die da drin? Wieder ein Jaldeen. Hallo Jaldeen. Na, jetzt hab ich nicht. Na? Hallo Kevin. Na, ist das ein Traitor? Na? Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Machst du denn da für Sachen? Ja, hier gibt's eine Falle. Das war ich aber nicht. Also ich hab sie schon ausgelöst, aber es ist keine Traitor-Falle, so wollte ich sagen. Ich kenn deinen Traitor. Guck, da. Ja, ich kann die auch auslösen. Ja, ja, ich bin, ich hab das bloß probiert und mir ist dann eingefallen, dass er ja hinter mir herläuft. Ich weiß nicht, wo Kevin ist. Ich hab Schuss gehört. Ja, das bin ich. Ja, die knallen sich unten, die knallen da unten Hähnchen ab. Ich hab auf ein Hühnchen geschossen. Kann man den Apfel da oben ernten? Apfel? Apfel. Ja, kannst du, geil! Apfel! Warte. Ich hab ein Schaf gehört. Willst du Apfel? Hier, Leute, kannst du da haben. Da, bitte. Da fliegt ein Schaf von Paul. Hä? Ich würde niemals Schafe benutzen. Nein. Wo bist du, kleiner Schnuckelbär? Chinooki! Ich hab da was für dich! Ich hab damit zwar nie, aber... Das kannst du gerne behalten. Nee, nee! Kevin! Ja? Hasipu! Ich mag dich nicht. Aber warum denn? Ich bin doch schon lieber netter Kerl. Nee, in deinem Feld klebt Scheiße. Was? Ich weiß, ich lauf so rum, ne? So, meh, meh, meh. Der hat mir so, hä? Gibt's hier Schafe? Und dann guck ich so hoch, dann fliegt das Ding da oben. Hahahaha! Bist du denn? Ja, wo bist du? Ach, ich hasse diese Map. Hier kommt es wieder so schlecht aus dem Wasser raus. Oh! Kevin? Ja? Wo bist du, Mösknote? Oh! Was war das? Kleiner Kacknödel. Wo bist du denn, ey? Ach, da ist der Kevin! Nein, da bin ich nicht. Kevin! Fack, 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 fack! Nein! Woohoo! Lachschot! Oh, ich dachte, ich krieg dich noch, ey. Oh! Was hast du denn gehabt? Du hast aber trotzdem den Apfel liegen lassen. Ich hab dich mit dem Schneeball verfehlt. Und hab dich dann mit der Desert Eagle in den Kopf beim Fallen. Jetzt bin ich der Apfel. Jetzt bist du der. Das ist doch so ein One-Shot. Aber die anderen beiden schieben mit dem Schaf. Also, ich hab nur dieses Schaf fliegen gesehen und das so auch schnell weg. Und dann machst du bumm. Schön, warum sagst du da nix? Du hast mich einfach den scheiß Apfel, den blöden Apfel, da hast du mich da. Ich hab das erst gesehen, aber warte, was ist bei uns? Ach so. Ah, das Schaf ist der Hammer. Das ist so richtig schön asozial. Ja, ich finde auch geil. Das ist wie... Weil es so langsam ist. Der ist leckt ein bisschen. Ja, aber du kommst nicht weg. Langsam ist es nicht unbedingt leckt. Langsam ist es nicht weg. Das hat auch ein Explosionsradius, ey. Vor allem bist du es mal gesehen. Das näht ja nur einmal am Anfang und dann... Ja, ja, dann erst, wenn du bumm machst in deinem Gesicht. Oh, ich bin ja ein Traitor. Echt? Kein Stück, aber... Ich glaube schon. Das ist... Verwirrungstaktik hier. Hast du das? Ja, aber du weißt auch, Kevin. Wenn ich Traitor bin, kill ich dich einfach. Ja, das machst du aber auch so. Aber du sagst, dieses Huhn ist noch mehr vergewaltigend. Oh, das ist immer noch keine Pilzkuh. Er heißt Necron, das reicht doch schon. Ja, und? Ja, es muss erst mal tot sein. Es ist doch schon tot. Oh, voll Zeit. Ich hab jetzt Schritte gehört und hab die... Ja, dann... Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, was? Du kamst doch zu mir. Geh weg. Hä? Ich... Was? Hier, Tobi steht wieder... Tobi steht wieder hier hinten und beobachtet alle. Ja, ich hab mich grad noch mein Traitor in der Tat zurecht gesucht. Achso. Hier sind jetzt die Leute. Ich nehm dich mal mit. Hä? Was? Ich mach das Hähnchen mit. Mal Apfel. Ich habe damit Dinge vor. Schlimme Dinge. Du hast das Hähnchen ersauft. Er sauft vor allem. Er sauft. Wer hat das Hähnchen ersauft? Oh, der ballert da rum. Hä? Achso, ich weiß nicht. Der Andi? Was hast du da in der Hand? Bin ich an der Hand? Das hab ich grad geleckt. Warum hast du nichts in... Warum gibt's hier ab und zu Leute, die nichts in der Hand haben? Weil... Ah, es könnte daran liegen, dass das später ist. Vielleicht es leichter ist. Ah, guck mal, hier kann man über diese... Was hat der Dachrin geworfen? Tobi? Man kann ja über diese Blätter... Tobi? Tobi muss sterben. Tobi versteckt sich da hinten. Achso, komisch. Tobi hat Dinge vor. Was ist denn hier drin? Ist der ältere Hähnchen jetzt im Wasser versteckt? Hä? Nein, ich bin... Ich laufe hinter Tobi. Ja, ich versuch grad herauszuh... Da ist, da ist, da ist, da ist... Da ist ein Spurkel, da ist... Tobi ist, glaub ich, wo immer auf dem Dach gewesen. Tobi ist irgendwo da oben. Nö, sie sind alle hier. Alle hier. Hier im Dunkeln. So. Sieht man, alles hier besser. Achso. Hey, hey, hey. Hä, hä, hä. Spielt man das nicht, äh... Nö, hä, hä. Hä? Hä? Kevin? Ja? Wieso hast du eine Pistole in der Hand? Was ein Giegel ist? Schieß doch mal. Schieß doch mal hier in der Nähe. Obwohl es auch wieder seit Igel klang, aber... Hä? Was ergibt denn das für einen Sinn, was du gerade gesagt hast? Boah, ich guck... Weiß ich nicht. Warum stellen wir uns nicht alle vier in den Kreis und hauen uns gegenseitig mit der... Hier. Nein. Weil es im Endeffekt so ausgehen wird, dass alle vier auf ein... Alle drei auf ein gestalten. Nee, es wird damit enden, dass der Twitter wahrscheinlich einfach die G-Hard-Bombe nimmt und dann... Falls er nicht schon gekauft hat und dann mit seinem Inventar verknallt. Können wir natürlich auch schauen. Geh weg. Geh weg. Inventar verknallt. Geh weg, schieß doch mal mit der Waffe irgendwo hin. Danke. Ich dachte, ich bin einer tot. Schieß doch mal irgendwo hin. Hörst du das Baby? Ach, Kevin holt sich da oben den Überblick. Erwartet immer einen richtigen Moment, der Hund. Natürlich, immer. Geh mal auf nicht, Tobi. Komm, du und ich allein im Keller. Warum, ey, ich glaube, du warst im Tradershop, Tobi. Ach was? Ich hab die ganze Zeit gesungen. Ja, ja, aber ins Nichts dabei gucken, wenn ich auf dich zulaufe, ist schon verdächtig. Ins Nichts gucken. Hm. Verdächtig, verdächtig hier, die Leute. Vor allem, ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Ich hab gleich was im Rücken. Was hast du denn im Rücken? Weiß ich nicht, aber irgendjemand wird mir gleich wieder was in den Rücken feuern und ich werde kotzen, wie eine Fuhre misst. Wie kotzt du denn eine Fuhre misst? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Schießen? Was? Es wird so verdächtig ruhig auf einmal. Alle sind voll konzentriert. Ja, aber... Wie kann ich gehüpfen? Es ist schön, dass jemand keine Ahnung hat, was die Trader-Falle da unten auslöst. Hä? Ihr hässlichen Bisskinder. Was denn? Ich glaub doch nicht auf die Lava-Falle. Irgendjemand hat die Trader-Falle unten im Keller ausgelöst. Äh, 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 Tobi, was war denn das jetzt? Ist mir Kevin auf den Kopf gefallen. Kevin, bist du tot? Kevin? Ne, der ist nicht tot. Warum bist du... Ey, hör auf! Hör auf! Direkt so. Der ist tot? Das war ernsthaft. Der ist tot. Echt? Das ist da unten. Ich bin dem auf den Kopf gefallen und der ist gestorben. Hallo, Paul. Was machst du da oben? Ich war sehr irritiert, dass irgendjemand auf eine Ruhe Idee hingekommen ist, da unten eine Trader-Falle auszulögen und er keine Ahnung hat, was sie bewirkt. Das heißt, wir haben ja einen Vollidioten mit angekacktem Leben und einen mit viel Leben. Und jetzt hörst du auf, auf mich rumzuschlagen. Hau ich dir mit der Schrotwind ins Blut. Das ist Hau, Dreh, Hau, Dreh. Was ist Hau, Dreh? Welche Trader-Falle denn? Ich hab keine Ahnung. Der Keller ist eine. Da geht so eine Tür auf und da ist so eine Fläche vom Boden weg und da drunter ist... Also heißt das ja, also heißt das entweder, entweder ist, entweder hast du keine Ahnung und versuchst jetzt von dir abzulenken, Paul. Ja, oder? Oder, ja, oder? Dann bleib ich jetzt bei dir, weil dann scheinst du ja innocent zu sein. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ihr beide stellt sich auf die Wand und ich schieße euch ab. Hä? Was ergibt denn das für einen Sinn? Habe ich ja erinnert. Er ist der Meinung, dass er innocent ist. Entweder ist der Traitor oder er ist innocent. Das heißt, er möchte uns beide nebeneinander stellen, dass er uns abknallen kann. Oh, ey, hört mal auf, um mich schon rum zu verstellen. Ich kann da mal gehen. Wie er da oben steht. Wer da oben steht? Hallo, 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 Paul. Komm, tschüss. Ah! Ihr standet mir einfach zu sehr lange auf dem Haufen hier, ey. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Oh, wie alt war. Deswegen sag ich ja. Wenn man so eine schöne Traitor-Falle ist, wo du keine Ahnung hattest, was sie bewirkt, ne? Ja, na klar, wusste ich. Wer hat's denn auch schon vorher gewusst? Wenn er noch nicht auf der Map war. Ich hab einfach probiert. Ich stand ja auch noch im Traitor-Raum drin und hab verobachtet, wie du da vorstandest. Hallo! Bei mir stand aber ein Todespunkt, ne? Dir ist etwas sehr Schweres auf den Kopf gefallen, ja. Dobi, der weiß nicht, was ist der Fehler. Du friechst den ganzen Tag ja auch nur. Ach, genau. Komm, er hat eine halbe Stunde schon nichts gegessen. Ich bin die ganze Zeit am Essen. Deswegen war er ja so kraftlos und konnte sich nicht mehr festhalten. Weiß nicht, mir ist mein Kopf gefallen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Map, bis zum nächsten Papst, tschüss. Ciao.